Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Plinge-Mobil-Auspack-Video. Und heute packen wir wieder einmal ein Spezial-Plus-Set aus. Und zwar mit der Nummer 5382. Das ist so ein Junge mit einem Go-Kart. Und wir schauen uns einmal an, wie das so alles drinnen aussieht. Hier haben wir schon mal die Packung geöffnet. Und drinnen ist ein roter Helm, der Junge mit einer grünen Jacke. Und diese Teile sind für das Go-Kart. Das bauen wir jetzt gleich zusammen. So, und fertig ist es. Jetzt bekommt er noch seinen Helm. So, fertig. Und jetzt kann er auch schon losfahren. Und drinnen ist auch noch so ein kleines Plinge-Mobil-Heftchen, wo wieder mal alle Sets drinnen stehen. Und das war es jetzt auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.